Das Nickteam Material besteht aus verschiedenen aufbauenden Spielen, die verschiedene Fähigkeiten der Kinder fördern können. Hier haben wir zum Beispiel das Spiel Musterwürfel, mit dem das Konzentrationsvermögen und auch die Kreativität der Kinder gefördert wird. Es gibt zwei Blöcke mit Vorgaben, Mustervorgaben, die die Kinder nachbauen müssen. Dazu gibt es hier 16 Würfel mit unterschiedlichen Seiten. Ich zeige Ihnen jetzt einfach ein Beispiel. Die Hefte sind nach Schwierigkeitsgraden unterteilt, aber das Heft 1 ist einfacher. Im Heft 2 geht es dann um das Nachstellen von Zahlen oder Buchstaben. Das ist etwas schwieriger. Fangen wir jetzt nochmal mit dem Heft 1 an und versuchen, dieses Muster hier mit den Würfen nachzubauen. Man braucht, je nach Schwierigkeitsgrad, unterschiedlich viele Würfel. Und schon haben wir das Muster nachgebaut. Und jetzt haben wir das Muster nachgefahren. Und jetzt haben wir das Muster nachgefahren. Das Muster nachgefahren.